Hallo meine Lieben, das Paket ist endlich da. Das Crowdfunding von KULT wurde ausgeliefert und wir unboxen das Ganze jetzt mal. Und ich erzähle euch auch ein bisschen was dazu, was im Hintergrund abgegangen ist und was möglicherweise interessant für euch sein könnte. Auch was die Zukunft von KULT angeht im Truhanspiele Verlag. Also, legen wir los. So, schauen wir mal. Das schicke Paket braucht ein angemessenes Messer. Wer weiß, was da rauskommt aus diesem Tor zur Hölle. Dementsprechend lieber auf Nummer sicher mit dem größten Messer, das ich finden konnte. Vielleicht schließe ich ja schon mal was und verletze was. Was mir sonst an die Kehle springt. Irgendwie hätte ich auch schon fast damit gerechnet, dass das ganze Ding hier ein Mimic ist. So, das ist das große Crowdfunding Paket übrigens. Also das heißt, das teuerste Pledge Level mit den Lederbüchern und allem drum und dran. Da sind ja jetzt einige Produkte aller Wahrscheinlichkeit nach drin, so denn alles da ist. Und wir gucken mal, was man da so bekommt. So, erst einmal ein Lieferschein mit allen elf Artikeln, die es da gibt. Also das heißt, die limitierte Edition von Die Verlorene Göttlichkeit, Crowdfunding Paket, Spielleiterschirm, Schwarze Madonna limitiert, Tarotikum limitiert, Archetypen-Set, Galerie der Seelen, Echoes der Vergangenheit, der Box-Sammelschuber, das Tarotikum-Karten-Set und das Referenz-Karten-Set. Das ist also alles jetzt mit da drin. Damit ist übrigens das, was man hier bei Kult bekommt, insgesamt das größte Paket, was bei Trojan-Spiele jemals überhaupt mit einem Schlag rausgekommen ist. Ich glaube sogar insgesamt das größte Paket. So was hat er bis jetzt noch nicht gemacht. Das ist aber auch das erste Crowdfunding von Mario gewesen. Im Moment klingt es leider so ein bisschen so, als wäre es möglicherweise das letzte, weil da so ein paar Ungereimtheiten waren. Da gehe ich gleich mal drauf ein. Ich werde übrigens, weil es ja schon ein Video gab, in dem ich die drei Bücher in der Originalfassung, also ich habe ja jetzt gleich die Crowdfunding-Varianten da, aber es gibt ja sozusagen die normale Handelsvariante. Das ist hier einmal das Tarotikum, so wie es im Handel stehen wird. So könnt ihr das Ganze dann kaufen für, wie ihr hinten sehen könnt, den Kurs 49,95. Dann gibt es ja außerdem noch die schwarze Madonna. Schwarze Madonna hier einmal. Das kostet genauso viel. Also das Tarotikum ist ein Band mit sieben Kurzgeschichten. Die schwarze Madonna ist eine große Kampagne, auch 49,95. Da werde ich jetzt inhaltlich auch nicht noch mal drauf eingehen. Und dann haben wir natürlich das Grundregelwerk selber für Kult, die verlorene Göttlichkeit. Das ist dieser dicke Schinken hier. Und der kostet, wie ihr sehen könnt, 60 Euro ungefähr. Also diese drei Bücher, die sind auch gleich in meinem Paket hier mit drin, wie ihr sehen könnt. Allerdings in der limitierten Version, die man für das Crowdfunding erwerben konnte oder im Rahmen des Crowdfundings, die man so im Handeln nicht finden wird später. Das heißt, sie werden auch jetzt schon einen Sammlerwert sozusagen entwickeln, sobald die Leute heiß auf sowas werden. So, ich muss noch einmal ein bisschen umbauen, dass man sehen kann, was hier eigentlich aus der Box rauskommt. So, das Packmaterial haben wir jetzt auch zur Seite gelegt und jetzt schauen wir mal, was hier so eigentlich drin ist. Also das Erste, was uns entgegenguckt, ist das hier, das Archetypen-Set. Und zwar sind ja verschiedene Archetypen drin. Ich habe das in Videos auch schon dargestellt, welche es eigentlich gibt als Archetypen. Das ist sozusagen die Charakterklasse, die man dann spielt. Das sind die Archetypen. Und damit man das Ganze als Handout hat, gibt es hier im Rahmen des Crowdfundings auch das Archetypen-Set. Das heißt, wir kriegen jetzt hier dann die Infos über den jeweiligen Archetypen, die somit dazukommen. Dann nochmal eine Liste der ganzen Würfe, auf die man so arbeiten kann. Und das ist hier in diesem schönen Paket mit drin. Ich glaube, das ist hinterher zum Kauf gar nicht erhältlich gedacht. Obwohl doch, es hat einen Preis hier unten, 20 US-Dollar, will ich jedes Mal sagen, Euro. Kostet das Ganze also hinterher, wenn ihr dieses Handout-Set bekommen wollt. Wir können es mal einmal aufmachen, um mal reinzustöbern. Möglicherweise ist das ja was für euch. So, einmal kurz knibbeln. So, jetzt ist es ausgepackt. Jetzt wird es auch nicht mehr ganz so friemlich sein. Das ist ein Coverblatt. Auf der Rückseite ist es, wie ihr sehen könnt, weiß. Und hier haben wir jetzt dann gleich den ersten Archetypen, den Agenten, den wir hier beschrieben haben. Beruf, dunkles Geheimnis, Nachteile, aus denen man wählen kann, Vorzüge. Also, im Grunde das, was im Regelwerk auch zu finden ist. Auf der Rückseite geht es weiter mit den Vorteilen und allem drum und dran. Das ist also einfach eine Kopie dessen, was man normalerweise sowieso im Regelwerk drin hat. Aber hier als Handout für seine Spieler kann man denen das dann in die Hand reindrücken. Und dann können Sie einfach nachlesen, was Ihr Archetyp jeweils so können sollte. Und der Wissenschaftler und so weiter. Dann haben wir hinten als Kopiervorlagen auch Charakterbögen, sehe ich gerade. Das sind ja verschiedene. Das ist jetzt hier der Standardcharakterbogen für die verlorene Göttlichkeit. Haben wir den mehrfach bekommen. Genau. Es gibt ja auch noch sozusagen Abgewandelte für, wenn man nicht nur einfach jemand ist, der durch den Schleier sehen kann, sondern der bereits erleuchtet ist und dementsprechend sich über mehr Dinge gewahr ist. Der ist hier jetzt allerdings in der abgewandelten Variante, glaube ich, gerade nicht mit dabei. So, dann haben wir hier die ganzen Spielzüge nochmal als Handout. Das sind sozusagen die Attributswürfe. Also, jedes Attribut hat ja dann sozusagen einen Spielzug, der dahinter liegt, wie ein Talent. Das ist praktisch deckungsgleich, wann man darauf werfen muss. Und diese Spielzüge, wenn die dann jetzt also gezogen werden, sind hier einmal beschrieben. Und dann entsprechend, was passiert bei einem vollen Erfolg, bei einem teilweise Erfolg oder bei einem Misserfolg. Die können teilweise dann ausgetauscht werden durch die Vor- und Nachteile. Hier haben wir also die Spielzüge auch noch in ausreichender Kopie für jeden Spieler, dass er das einmal vor sich liegen haben kann, um sich das anzugucken. Ja, das sind die Handouts. Perfekt für die Spielgruppe, die noch unerfahren ist, beziehungsweise wenn nicht alle das Buch haben sollten. Und dann kriegen wir hier, wie wir sehen können, das Crowdfunding-Paket. Handouts, Schwarz-Weiß für Tarotikum und die schwarze Madonna. Das heißt, alles, was es an Handouts in den Büchern gibt, ist hier auch nochmal einmal drin. Wir können es auch mal einmal aufmachen. Das kostet dann 15 Euro, steht jetzt hier drauf, wenn das später so in den Verkauf gehen sollte. Also, ich gehe davon aus, dass es so zumindest nicht sein wird, weil es setzt ja voraus, dass man Tarotikum und die schwarze Madonna hat. Ach, perfekt. Außerdem, man konnte im Rahmen des Crowdfundings auch über verschiedene Pledge-Level Plakate bekommen. Und zwar von den Covern. Und hier ist jetzt also das Plakat für das Grundregelwerk. Für das, es hat auch eine Rückseite, sehe ich gerade. Auf der Rückseite, ja, ist es nochmal ohne den Schriftzug drauf. So, und dann haben wir das auch außerdem nochmal einmal für das Tarotikum. Auch wieder mit Schriftzug und auf der Rückseite ohne den Schriftzug. Und dann haben wir das außerdem auch nochmal für die schwarze Madonna vorne, hinten entsprechend mit, beziehungsweise ohne den Schriftzug. Kann man sich schön an die Wand hängen, direkt passend neben die Bibel, wenn man gerne möchte. So, außerdem im Crowdfunding-Paket, also wie gesagt, das heißt auch schon Crowdfunding-Paket, macht also eigentlich keinen Sinn, dass es so in den Handel geht. Ich denke, es braucht da einfach nur irgendwie eine Preistitulierung. Sind dann entsprechend jetzt hier zum Beispiel Karten aus den Abenteuern, die man dann benutzen kann als Tischvorlage für die schwarze Madonna, die Handouts. Und mit den Waffen und allem drum und dran, wer da schon mal reingeschaut hat, die fertigen Charaktere, die da drin sind und das Ganze für das Tarotikum. Also, ich habe es verkehrt herum aufgemacht. Das geht also mit dem Tarotikum los. Und dann kommt die schwarze Madonna. So, wunderbares Paket, gefällt mir sehr, sehr gut. Sehr cool schon mal. Dann schauen wir weiter. Ihr seht jetzt hier einmal die Tarot-Karten. Das Tarot-Karten-Set für Kult, fürs Tarotikum entwickelt worden, das Ganze. Und die sind im Rahmen des Crowdfundings auch entwickelt worden. Und ich sehe hier gerade gar keinen Preis drauf, aber eigentlich muss man das doch auch kaufen können. Ich gehe mal davon aus, dass man diese Karten hinterher auch noch erwerben kann. All diese Sachen, an der Stelle schon mal vorab sei gesagt, die sind unter anderem ein Grund dafür, warum das Crowdfunding sich so verzögert hat. Also natürlich liegt das Ganze auch ganz schwer an Corona. Ist ja nur logisch. Hat schwere Lieferverzögerungen gegeben bei allen möglichen Produkten. Aber alles, was nicht Sondermaß ist, also nicht ganz normales Buchmaß ist, A4 oder sonst etwas, das braucht natürlich Sondereinstellungen bei den Drucken und Druckereien. Die hatten jetzt nicht unendlich viele Kapazitäten für solche Sondersachen. Und deswegen hat das teilweise länger gedauert. Wenn man also sowas haben wollte, wie dieses Tarot-Karten-Set oder diesen Schuber, dann entsprechend hat das dazu geführt, dass es länger dauert, bis die Sachen fertig sind. Mal gucken, ob ich das Tarot-Karten-Set aufkriege. Und das mal da raus. So, es sind also von vornherein die ganzen Karten fertig. Ihr seht, das Ganze glänzt schön, ist also im vernünftigen Glanzton. Hinten haben wir dann diese Optik da drauf, ein Auge in der Mitte, das so ein bisschen Katzenaugen mäßig ist mit den Schlieren nach außen. Und vorne steht dann immer drauf, Anthropos, Demiurgos, Astaroth. Also es ist jetzt nicht alphabetisch, sondern numerisch. 0, 1, 2. Durchgelistet hat dann hinten immer diese Optik drauf. Und das ist im Prinzip einmal, naja, sozusagen das Artwork-Set, Tarotikum, Tarot-Karten, die man dann im Rahmen des Spiels auch entsprechend ziehen kann. Hier nochmal wie Spielkarten. Wow, okay, alles klar. Im Prinzip ein komplettes Spielkarten-Set nochmal. Dann haben wir hier hinten nochmal eine Archonten-Liste, wofür die stehen. Die Todesengel, eine Liste, deren ganze Symbole und noch was für Notizen. Ja, das ist das Kartenset fürs Tarotikum. Ich habe Tarotikum noch nicht gespielt, das Abenteuer bzw. die Geschichte. Dementsprechend weiß ich noch gar nicht so ganz genau, was man damit eigentlich macht. Aber es ist auf jeden Fall hochwertig. Es ist vernünftige, dicke Pappe. Es riecht vernünftig. Kein Mist verarbeitet worden. Die Qualität ist auf jeden Fall richtig nice. So, dann haben wir hier außerdem noch die Referenzkarten für Kult. Gucken wir mal, was Referenzkarten eigentlich sind. Auch hier kann ich jetzt gerade unmittelbar keinen Preis drauf ausmachen. Aber ich denke mal, auch dafür wird es mit Sicherheit irgendwie was geben. Schauen wir mal weiter. So, das Ganze ausgepackt. Referenzkarten. Hat im Prinzip die ganz normale Kiste von so einem kleinen Kartenpaket, wenn das vernünftig fertig gemacht worden ist. Dann auch hier wieder Pappkarten drin. Und zusammengebunden. Ach so, das ist für die Referenzkarten für einen unbewaffneten Kampf. Und alles mögliche, wie Sie jetzt gerade sehen können. Ich baue es jetzt mal nicht komplett auseinander. Für Notizen hinten. Und haben wir mal Notizen? Ach so. Also alles im Prinzip als Regeln. Im Kleinen nochmal, wenn man sich das raussuchen möchte für Angriffe und sonstige besondere Aktionen und Items und sowas. Das ist jetzt hier in diesem Referenzkartenpaket drin, was sich im Prinzip wie ein normales Kartenpaket anfasst. Hier oben drauf mattglänzend, also leichter glänzend ist da, aber mattglänzend. Vernünftige Pappe. Ihr seht, ich kann da ein bisschen drin rumbiegen. Kann man das hören? Es klingt auch wie ein vernünftiges Karten-Set. Ja, haben wir das also auch wunderbar. Auch sehr, sehr cool. Du sollst auch wieder da rein. Dann, was ihr hier sehen könnt. Diese Schuber, die haben auch nochmal zu einer Verzögerung geführt. Und zwar liegt es daran, dass die halt so ein Sonderformat sind. Moment, ich hole mal die Bücher erst da raus. So. Die Bücher zur Seite. Da werfen wir gleich noch schnell einen Blick drauf. Ah, so, sie rutschen hier rum. Also dieser Schuber für den Meisterschirm und die drei Bücher. Den kann man hinterher dann entsprechend auch kaufen, wie ihr sehen könnt, für 15 Dollar. Da ist hier einmal das Abbild von der schwarzen Madonna drauf. Auf der Seite nochmal die drei Cover. Regelwerk schwarze Madonna Tarotikum. Dann hier vom Grundregelwerk das Cover. Hier einfach nochmal Kult drunter. Hier das übliche Symbol und sowas. Von innen Pappe. Schon zusammengebaut. Alles schon drin. Und passt dann auch perfekt so ins Bücherregal neben die Bibel. Dann zur Seite damit kommen wir zu den Regelwerken, zu den Sondereditionen. Hier haben wir einmal das Tarotikum. Ihr seht jetzt hier, das ist der Ledereinwand. Ich lege mal gleich das andere daneben, einfach so, dass man es nochmal sehen kann. So, Russ aus der Hülle. Hinten ist noch so ein Zettel drauf, dass das, also im Prinzip die Beschreibung hinten, die sonst auf dem Buch drauf wäre. Denn hinten haben wir jetzt einfach nur nacktes Leder. Auf der Seite, Truanspiele, den Titel des Ganzen und das hier. Es fasst sich extrem geil an. Also es ist richtig schönes Kunstleder auf jeden Fall. Wir haben die schöne rote Schrift hier mit drin. Ich habe schon gehört, die ist teilweise bei manchen Leuten ein bisschen fehlerhaft, beziehungsweise platzt weg. Aber für mich sieht das jetzt gerade erstmal extrem wertig aus. Wie ihr sehen, sie spiegelt auch ein bisschen. Also richtig, richtig schick. Und wenn man es dann aufschlägt, erst eine schwarze Seite. Das Innenbild, Tarotikum und andere Erzählungen. Und dann geht es los mit dem Buch. Und wir gucken mal, ob hinten, denn was jetzt hier scheinbar der Fall ist, das Cover ist ja manchmal in solchen Sonderbänden irgendwie mit eingefasst worden. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Wir kriegen also das Cover-Artwork nicht mit dazu geliefert. Wir haben also das Tarotikum jetzt praktisch in der Leder-Variante. Und so hätte es entsprechend ausgesehen, oder beziehungsweise so geht es in den Handel. So sehen diese beiden Bücher dann jetzt also aus. Also Kunstleder-Variante so zum Kauf gar nicht zu haben im Rahmen des Crowdfundings oder möglicherweise jetzt dann bald bei Ebay oder sonst was. Auf jeden Fall das gleiche Buch. Sehr, sehr schick auf jeden Fall mit dem Leder. Fasst sich gut an. Es riecht auch richtig geil. Auf jeden Fall den Kauf wert gewesen. Sehr, sehr cool. Ja, und das haben wir dann entsprechend auch nochmal, ich will mich jetzt nicht überall hier komplett doppeln, mit der schwarzen Madonna. Auch in diesem Leder-Einband wird wahrscheinlich genauso sein wie das Tarotikum. Muss ich jetzt nicht extra nochmal alles zeigen. Hier, wie gesagt, das ist nur aufgelegt. Das ist ja bei dem anderen auch gerade rausgefallen. Also auch der nackte Leder hinten. Dann, oh Gott, hier ist noch so viel Zeugs. Mann, so ein Crowdfunding. Ja, da kommt echt einiges zusammen. So, dann hier das Grundregelwerk sieht dann jetzt so aus. Einfach nur die Kultschrift drauf. Oh, es spiegelt sich gerade auch schön. Ihr seht mich mit meiner Kamera vor den Augen und dem Greenscreen, der im Hintergrund rumschimmert. Und hier auch wieder eingelegt. Okay, anscheinend verkehrt herum reingelegt, aber ist auch egal. Das liegt ja nur lose auf. Und ansonsten wunderschönes Kunstleder. Dann bekommen wir außerdem noch, das waren im Rahmen der Pledge Level Sachen, die dazugekommen sind, zwei weitere Abenteuerpfade. Und zwar einmal das Echo der Vergangenheit. Hier gedruckt und an der Seite einfach zusammengenietet mit einer Tackernadel. Hinten drauf eine kleine Beschreibung dieses Sonderabenteuerpfades. Wieder mit altes Empfehlungen und allem drum und dran. Nices Artwork. Qualitativ. Das gleiche Papier wie in den Regelwerken drin. Fasst sich genauso an. Vernünftiger Druck, also dementsprechend auch mit wieder sehr schönem Artwork und allem drum und dran drin. Und ja, einer Beschreibung von all dem, was man für dieses Abenteuer entsprechend braucht. Das gleiche kriegen wir auch nochmal mit Galerie der Seelen hier. Das ist ein bisschen dicker als das andere. Ein paar Seiten dicker, aber qualitativ genau das gleiche. Also auch die beiden kann man jeweils kaufen für 13 Euro. Und die gibt es also gar nicht gebunden. Die gibt es nur in dieser Heftvariante. Ich weiß gar nicht, ob sie dann immer überall zu haben sein wird. Aber ja, so ungefähr sieht das Ganze jetzt also aus. Mit den Handouts und Wagen drum und dran. Richtig, richtig schick geworden. Mann, ich sage es nicht auf das Wort schick, glaube ich. Das war das Letzte, was wir auspacken können, ist der Spielleiterschirm für Kult. Der hat dann, jetzt gerade sehe ich noch keinen Preis, aber den kann man ja mit Sicherheit auch kaufen. Doch hier, 25 Euro kostet das Ganze. Ich packe ihn mal eben aus. Okay, das, was man jetzt hier gerade sehen konnte, der Spielschirm, das ist nur aufgelegt gewesen, das Papier. Das ist also nicht auf dem Schirm selber, denn das hier ist der Schirm selber. Und das, was ihr jetzt hier sehen könnt, ist dann also die Außenfassade von dem Ganzen. So sieht es nach außen aufgeklappt aus. Und die beiden mittleren Seiten davon, die Flügel. Wenn ich es jetzt einmal aufklappe. So, aufgeklappt. Das Ganze ist nicht ganz A4 hoch, wie ihr sehen könnt, sondern einfach die Buchseitenhöhe. Wir haben auf der einen Seite die Spielleiterspielzüge nochmal beschrieben. Reguläre Spielzüge, die sie im Wahnsinn und sonst so ein Krams, was einem so anfallen kann. Der Horrorvertrag nochmal eine Erinnerung, was hier eine ziemlich wichtige Sache hier ist bei Kult, dass man den auf jeden Fall berücksichtigt. Dann haben wir hier die Regeln nochmal, Schaden vermeiden, Zusammenreißen und sowas. Also das, was man auf den Referenzkarten und dem Regelwerk auch finden kann zu Schadensarten. Erfahrungspunkte nochmal ein kurzer Hinweis. Beispiele für Schaden. Kann man natürlich auch nur mit Beispielen machen. Dann Nichtspielercharaktere erschaffen. Dass man jetzt hier praktisch einfach was hat, wo man dann jeweils einen Finger drauflegen könnte, praktisch blind. Und dann kriegt man einfach eine Info, alphabetische Reihenfolge dabei. Und Spielzüge für Beziehungen. Wenn es also darum geht, dass man jemanden unterstützen oder jemandem schaden möchte, zu dem man eine Beziehung hat, wie sich das dann auswirkt. Und nicht zuletzt hier nochmal einzigartige Spielzüge. Die haben dann was mit den höheren Leveln und sowas zu tun. Wie auch immer. Besonderheiten auf jeden Fall, die hier mit drin sind. Also ihr könnt ja auch, ihr könnt ja, Moment, mache ich sichtbar hier, Magie zum Beispiel. Wie Magie wirkt, das können eure Charaktere am Anfang noch nicht. So, da haben wir das Grundregelwerk dann nochmal zweimal nebeneinander liegen. Ich lasse das für euch jetzt einfach mal aus optischen Gründen nach vorne liegen. Wir haben den Ledereinwand und wir haben entsprechend das ganz normale Regelwerk, so wie man das auch entsprechend im Handel bekommen wird. Hat sich das Crowdfunding gelohnt, daran teilzunehmen? Ja, hat es definitiv. Es war nicht nur eine sehr geile Erfahrung, vor allem, weil ich halt auch so ein bisschen im Hintergrund mitmischen durfte, Videos dazu gemacht habe und sowas. Und naja, es auf jeden Fall alles mega viel Spaß gemacht hat. Aber es ist auch ganz einfach so, es ist ein extrem geiles Produkt dabei rumgekommen. Die Community war mega aktiv. Das hat Mario auch mega angefixt. Also er hat sich selber sehr viel Mühe gegeben. Viele der Verzögerungen haben natürlich mit Corona zu tun, aber auch, dass er halt einfach wollte, dass Sachen wie diese kleinen Kartenpakete und all dieser Kram, dass die halt auch entsprechend in einer vernünftigen Qualität bei euch ankommen. Dieser Schuber, dass der ordentlich aussieht und sowas, die Tarotikumkarten, all diese Sonderdrucke, der Spielleiterschirm. Das sind die Sachen, die bei anderen Crowdfundings ganz häufig auch dazu führen, dass Dinge einfach länger dauern und dementsprechend hat es auch hierzu mit diesen Verzögerungen geführt, weil er das Ganze einfach in schön und perfekt für euch haben wollte. Also er hat sich selber anfixen lassen von eurer Begeisterung für Kult. Und wenn ihr euch noch nicht habt anfixen lassen, aber jetzt gerade dieses Video schaut, weil ihr in der Betracht zieht, euch anfixen zu lassen, dann Kult ist es auf jeden Fall wert. Macht es. Es ist richtig geil. Ich will an der Stelle außerdem nochmal was dazu erzählen. Ja, es hat natürlich wieder länger gedauert, bis die Sachen ausgeliefert worden sind. Man musste ganz schön geduldig sein. Man hat da lange auf sein Produkt gewartet für das Geld, das man vorher reingesteckt hat. Aber ich will an der Stelle auch nochmal was dazu sagen. Das hatte natürlich nichts mit den Verzögerungen oder sonst was zu tun. Aber es war das erste Crowdfunding für Mario. Das ist natürlich sehr, sehr viel Stress, weil auch gleichzeitig sehr viele Produkte rausgekommen sind. Er hat sich die ganze Zeit nur noch hier rum kümmern können. Obwohl jetzt gerade auch schon der Release für der Eine Ring die ganze Zeit in Planung ist. Er arbeitet weiter an den PDFs, verbessert. Die hat viele Sachen da reingearbeitet, die beim Testlesen der Leute, die das Crowdfunding, also die daran teilgenommen haben, entdeckt worden sind an Fehlern und sowas. Dass die in den PDFs erst einmal bereinigt worden sind, dass die Versionen gleich von vornherein mit deutlich weniger Druckfehlern und sowas enthalten sind. Weil alles reingearbeitet worden ist, was Leute beim Lesen dann schon gefunden haben, als sie die ersten Vorläufer der PDF bekommen haben. Also die Leute, die beim Crowdfunding teilgenommen haben. Vielen Dank an der Stelle auch nochmal an all die Leute, die teilgenommen haben und da Einsendungen gebracht haben, um dafür zu sorgen, dass die Bücher, die wir jetzt vor uns liegen haben, für unser Geld auch auf jeden Fall qualitativ richtig hochwertig sind. Und ein ganz großes Lob nochmal an Mario auch an der Stelle, dass er das einfach durchgehalten hat. Denn, was vielen nicht bewusst ist, es gab richtig, richtig Probleme im Hintergrund. Und zwar mit Paypal. Er hatte vorher Paypal schon als Bezahlungsart mittendrin im Shop und Paypal behält sein Geld. Denn plötzlich, in sonst keinem Monat war es jemals so, dass Mario da über 50.000 mit einem Mal eingenommen hat. Was ja jetzt nicht so ist, dass das, also es sind Einnahmen, es ist nicht Gewinnen, sondern nur Einnahmen. Aber das Ganze ist erstmal bei Paypal reingeplätschert und die haben ihm sein Konto gesperrt. Bis heute. Von dem ganzen Geld, das da reingeflossen ist, hat Mario bis jetzt keinen einzigen Cent gesehen, weil alles gesperrt ist. Und weil damals sein Paypal dann entsprechend gesperrt worden ist, ist es auch so, dass alles, was er jetzt im Moment mit Paypal bezahlt, naja, er auch nicht kriegt, weil ja sein Paypal gesperrt ist. All dieses Geld wird da zurückbehalten aus Sicherheitsgründen. Und er muss jetzt bald darum, sich die ganze Zeit darum kümmern, dass er dieses Geld endlich mal bekommt. Das heißt, alles, was ihr jetzt hier seht, eure Produkte, das ist vor Kasse von Mario. Musst du also entsprechend, naja, wie das dann so ist, Geld aufnehmen, um das alles bezahlen zu können. Und an der Stelle mein Riesenrespekt, dass er das dann entsprechend so trotzdem durchgezogen hat, dass er abgeliefert hat an der Stelle. Obwohl er selber noch keinen Cent davon gesehen hat, mega viel Stress hatte, vor allem immer noch Stress hat und sein Geld noch nicht sieht. Und das ist auf jeden Fall ein riesen, riesen Gewinn für die Community, den er da reingebracht hat mit so einem geilen System. Aber auch eine riesen Herausforderung, der körperlichen und seelischen Stress produziert. Und deswegen möchte ich euch wirklich bitten, lobt ihn mal dafür. Er hat das wirklich, wirklich gut gemacht. Schreibt ihm, bedankt euch, sendt ihm eine Nachricht bei Facebook, bei Instagram oder sonst wo. Einfach nur mal als zusätzliches Dankeschön, dass er das alles so für uns durchgezogen hat. Denn das hat er für uns gemacht und weil wir ihn so angesteckt haben mit unserem Hype um Kult, dass das Ganze so gelaufen ist. Jetzt noch so ein letzter Punkt. Was geht eigentlich die Zukunft von Kult dann entsprechend an? Schwer zu sagen im Moment. Es hängt davon ab, was ihr so macht. Wenn ihr richtig viel Werbung für Kult macht und Leute geil darauf werden, dass sie euch kaufen und es richtig gut Absatz produziert, dann wird das natürlich dazu führen, dass weitere Produkte möglicherweise auch folgen werden. Es ist ja so, dass man eine Lizenz kauft für einzelne Produkte und er muss dann entsprechend für die Produkte, für die er sie noch nicht hat, die zusätzlichen Lizenzen holen, so wie das zum Beispiel bei diesen Abenteuerfaden war. Das war ja am Anfang noch gar nicht geplant, dass zum Beispiel so etwas wie die Galerie der Seelen mit dazu kommt. Diese Lizenz hat er also im Rahmen des Crowdfundings oder währenddessen dann nachgekauft, damit das Ganze dann auch für euch ausgedruckt werden konnte. Und damit zusätzliche Produkte von Kult bald rauskommen, passiert also genau das Gleiche. Er muss da also die Lizenz auch erweitern bzw. die Lizenzen für diese Produkte erwerben. Und damit sich das Ganze dann dementsprechend lohnt, funktioniert das Ganze natürlich nur, wenn entsprechend auch Geld reinkommt und das Ganze gekauft wird, die Nachfrage einfach da ist. Ihr könnt die Nachfrage damit erhöhen, dass ihr entweder die Sachen, wenn ihr sie nicht eh schon habt, kauft oder aber, dass ihr vielleicht, wenn ihr sie schon habt, Werbung dafür macht, dass andere sich da auch einschalten. Immer wieder nachfragen, nachhaken, sagen, hey Mario, wir hätten dies und das und jenes gerne. Vielleicht auch einfach mal schon ein bisschen Stimmen zusammensammeln. Wir hätten hier einen ganzen Haufen Leute, die Bock auf irgendwas hätten. Kannst du dieses Produkt auch noch bringen? Ein bisschen Hype in der Community erzeugen, dass er das Gefühl hat, dass es sich auch lohnt und dass da Ansprechpartner und Abnehmer für das Ganze sind. Dann können wir uns auch auf relativ sichere Art und Weise darauf freuen, dass es in Zukunft mit Kult auch weiter erfolgreich weitergehen wird mit den Sachen, die ihr sonst im englischsprachigen Raum zum Beispiel dazu jetzt noch finden könnt. Ich hoffe, das Unboxing war interessant für euch. Die zusätzlichen Infos hinten raus für euch, naja, informativ, wie Infos das hoffentlich so sind. Mir hat das Ganze mega viel Spaß gemacht. Ich bin ein bisschen traurig, dass das Ganze jetzt sozusagen fertig ist. Ich freue mich aber auch mega, dass ich das Paket endlich bekommen habe. Ich habe schon ein paar Kultrun gespielt. Das ist ein sehr geiles System. Ich kann es absolut nur empfehlen, dass ihr es mal ausprobiert, wenn ihr es noch nicht gemacht haben solltet. Schaut auf den Server von Lurch und Lama, ob ihr eine Gruppe findet oder auf den Hit-Dice-Server oder auf den Server von Touran-Spieler, den ihr auch in der Videobeschreibung unten finden könnt. Da gibt es auf jeden Fall immer viele Interessierte, mit denen ihr das Ganze mal durchboxen könnt, um herauszufinden, wie viel Spaß euch diese Höllen-Erfahrung Kult so machen kann. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, großartige Abenteuer und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.